Da ich die erste ja verkackt hab, machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg. Da kann ich schon ein bisschen schwer sein. Ich geh halt direkt auf den Passaglacken rauf. Und dann hat sich das auch schon wieder genutzt. Könnte ich jetzt auch so, aber für diese beschissene Festung haben. Ach, hier ist er doch schon. So, Freunde. Jetzt geht es an die Wurst. Da ist mein Boss. Mein Homeboy. Ach. Ach, ich bin direkt drin. Ja. Man trifft sich ja gut. Oh, das ist so ein Affe, der Typ. Ja, bla bla, sammel sammel. Du bist hartnäckig. Aber Hartnäckigkeit bringt dir nicht den Sieg. Oh, das ist immer noch so fett dabei. Das war jetzt wirklich ganz so ein Scheiß. Du bist her. Ach. Keine. Ach. Ach. Ja, das ist vorbei. 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 Ja, das ist vorbei.